Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Äh, eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Pentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Schnell, setzen Sie Ihre Alraune mit dem neuen Trumpf und klopfen Sie die Erde fest! Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, Ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben Sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzen-Tippen. Ob Hippo greife, Wurk? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiast... Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und... Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abrunden. Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Gut gemacht! Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor... Nun strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind... Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück... Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum heraus. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast den Regeln... Hier wären wir. Die Heimat des Chines... Los, hol ein paar Kohlköpfe. Aber pass auf deine Finger auf. Hat mal fast den Daumen verloren. Siehst du die Übung, Puppe? Wirf einfach den Kohl aufbiegen. Er macht den Rest. Schau dir das an. Alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Troll in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt es mehr davon. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhaut-Handschuhe tragen sollten... Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Dach. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuten? Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer von... Ich freue mich mal zum Plaudern. Untertitelung des ZDF, 2020